Agrarpolitik. Ist die für Bäuerinnen und Bauern wichtig? Ja klar, aber nicht nur das. Agrarpolitik geht uns alle an. Die Landwirtschaft stellt nicht nur unsere Lebensmittel her, sie ist auch der Bereich, der am meisten unsere Umwelt und unsere Landschaft gestaltet. Dass es immer weniger Wildbienen, Insekten und Feldvögel gibt, liegt an der Art und Weise, wie heute Landwirtschaft betrieben wird. Das müsste nicht so sein. Jedes Jahr bekommen Bäuerinnen und Bauern in Europa fast 60 Milliarden Euro. Das Geld sollten sie dafür bekommen, um die Natur zu schützen. Und nicht nur einfach so. Weitere Daten und Fakten zur EU-Landwirtschaft finden Sie in unserem Agraratlas.